Die Togedabend ist eine Aktion, die wir in diesem Jahr gestartet haben. Es geht darum, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO hier zu vermarkten und auch bekannt zu machen. Und da sind wir ein Teil des Programms. Ich glaube, es macht auf Probleme und Sachen, die man für die Zukunft lösen muss, aufmerksam. Und ich glaube, so gibt es auch die verschiedenen Ziele, die man einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, um etwas Grosses zu bewirken. Es ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Freundschaftsbänder, die man hat. Ich habe zum Beispiel Goal Nummer 17. Es gibt ja 17 Ziele. Und jedes Band repräsentiert eines dieser UN-Ziele. Und dann kann man natürlich die Leute animieren und motivieren, Bänder zu kaufen, damit man weiterhin die Aktion weiterführen kann. Ich habe das Ziel 14 genommen. Das ist «A life below water». Das bedeutet alles, was unter Wasser passiert. Also die ganzen Fische, die ganzen Korallen, die ganze Unterwasserwelt, die ich unheimlich interessant finde, die sicher auch ein bisschen leiden in den letzten Jahren. Und auf das möchte ich aufmerksam machen. Also für uns als UBS wollen wir uns auch bekannt machen in diesem Thema, weil Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für uns als Unternehmen. Aber wir haben natürlich auch Produkte. Also heute kann man auch nachhaltig investieren. Und es ist wichtig, dass wir eben Menschen finden, die mit uns diesen Weg mitgehen. und damit wir eben mitnehmen und вд tengaunut pictureen. Vielen Dank.